Nur dieses Mal hat sie beim Schneiden, wie immer, vor sich hingeschnitten und auf einmal sagt sie, ups, und dann waren die Haare weg. Scheiße, aber ich lege Wert darauf, dass Gustl nicht mal an meinem Scheiß spielt. Das hat sich sau merkt, wenn ich dann gehört. Hoi, Kinderz! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Dummdödel-Challenge hier, äh, mit mir. Zum Glück noch mit mir. Für alle, die es nicht wissen, bei der Dummdödel-Challenge muss ich dieses Amps-Race-Spiel gewinnen, sonst muss ich eine Strafe durchziehen, einmachen, führen, einführen, Moment mal. Die aktuelle Strafe ist, dass Gustl dann ein Matchmaking für mich spielt und das wird richtig kotig, denn ich will meinen Status nicht verlieren als Global. Ich fange jetzt an, denn ich habe mit, äh, Handicap gespielt. Ich habe letztes Mal ja schon gewonnen gehabt, deswegen habe ich jetzt ein Handicap von drei gehabt. So, nur das letzte Amps-Race war ja gewonnen. Ich kann Gustl auf keinen Fall spielen lassen, weil er wird meinen Rank sowas von zerstören. Vor allem mein gutes Ansehen ist dann weg, verstehst du? Das ist dann natürlich direkt weg, kannst du dir vorstellen, wenn der Bock spielt. Wundert euch übrigens nicht über meine Haare, ich weiß, die sehen so ein bisschen komisch aus. Meine Freundin hat sie mir mal wieder geschnitten, ihr wisst ja, seit ungefähr... Du Urnsohn! Seit ungefähr zwei Jahren schneidet sie mir die Haare, beziehungsweise... Also, wir haben so ein Rasierapparat, Schneidewerkzeug. Oh, was mache ich denn hier? Gekauft im Aldi, war ganz günstig und dachten uns, hey, komm, dann spart man sich so ein bisschen die Friseur. Besuche ich, geh, suchen gern zum Friseur. Und, äh, läuft! Nur dieses Mal hat sie beim Schneiden so, wie immer, vor sich hingeschnitten. Und auf einmal sagt sie, ups! Und dann waren die Haare weg. Und ich habe ihr gesagt, shit, Schatz, shit. Das hat sie jetzt ein bisschen ausgeglichen, aber ja. Mir fehlen jetzt einige Haare auf dem Kopf. Ich habe jetzt so einen Erokesenschnitt, aber hey, scheiß drauf, oder? Wir sind erwachsen, wir haben Charakter, das ist doch, das ist aussehen, äh, achtrangig. Wir sind ja keine Kinder mehr, die darauf Wert legen, verstehst du? Immer die fancy neuen Hosen und so und das neueste Handy und sowas, nicht? Scheiße, aber ich lege Wert darauf, dass Guschtel nicht mal an meinem Scheiß spielt. Das hat sich doch merkt, wenn ich angehört. Der andere ist sechs Dinger vor mir. Sechs Runden oder wie das hier auch immer heißt. Punkte, keine Ahnung. Jawohl, 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 gut, 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 gut. Und jetzt kommt mal wieder die Frage auf, wie kann einer besser sein als ich? Wie geht das überhaupt? Okay, okay, okay. Vier, sechs, es fehlt immer noch sechs. Was ist hier los, Mann? Boah, schnell weg. Alter, der wollte mich lifen, der hat mich niedergemacht mit meinen 36 live. Ich muss unbedingt wieder hoch. Ich bin eigentlich so der Hausmensch, der oben im Haus alle metzelt. Oh, wow, wie lucky war das denn? Boah, ein AP. Leck mich am Arsch, geh weg. Jetzt werde ich noch von der Seite genatzt, Alter. Da wichst er mich von der Seite an, der freche Mann. Scheiße, wo ist der? Nice, dude. Ja, komm her. Ja. Oh Gott, das ist so geil, wenn ich die Pumpkan rechtzeitig schaffe. An der hänge ich jahrelang immer. Also, wenn ich mal verliere, was extrem selten passiert, dann sind da immer die Pumpkans dran schuld, weil ich die nicht spielen kann. Das ist immer der Garant dafür, dass ich verrecke. Ja, die Pump ist weg. Mit der AWP geht es eigentlich immer ziemlich gut bei mir. So. Boah, nein, da ist direkt der Nächste. Ach, komm. Boah, Liga, Lacker. Jetzt bin ich dran, Alter. Jetzt bin ich dran. Die rennen ja einfach schon mit Knife rum, die Tees, und wollen uns runterknifen. Das ist frech. Einer hat Knife. Ein Lucky Head da reingedrückt, einfach im Dauerfeuer. Oh Mann, wie geil. Boah. Er kommt mit einem Knife um die Ecke. Ja, klau ihn mir doch. Jetzt, wo ich noch so eine minimale Chance hätte, noch schnell irgendwie an die scheiß Kills heranzukommen, ja. Meint er, er muss mir hier den Knife-Mensch klauen. 16, 13. Gut, ich denke, ich schaffe es nicht mehr, weil ich jetzt hier nämlich ein Wunder bräuchte. Die Mates dürfen nämlich sich auf keinen Fall knifen lassen und mein Mate darf auch niemanden knifen. Ah, es gibt zwei Knife, aber nur bei den Gegnern. Okay. Wenn die Mates nicht zu bescheuert sind und sich holen lassen, könnte man das vielleicht sogar noch machen. So. Guck mal, geil. Das sind beide Knife, sehr schön. Oh, diese scheiß Legs, Mann. Was soll das? Alter, ich bin so Low-HP, ne? Gott, ich habe auch Knife. Ich bin voll, 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 voll brutal Low-HP. Dann habe ich das Knife. Ich habe 8 HP. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Der Knife darf mich nicht sehen hier oben. Falls er da unten langläuft, kann ich ihn mir holen. Aber wenn er von vorne kommt, bin ich down. Da unten ist einer. Ah, scheiße. Nein, wie knapp. Guschl darf ein Matchmaking spielen. Ja, es ist gut. Der Vollidiot freut sich schon wie so ein Kind, weißt du? Was soll's? Gebt einen Daumen nach oben, wenn er euch freut, dass Guschl was spielen darf. Gebt einen Daumen nach unten, wenn ihr gerne sterben wollt. Und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr atmen könnt. Alter, bis dann, Kines. Bis dann, Kines.